hallo meine lieben wir basteln heute mit maritim prägefoldern wie ihr schon seht und da haben wir eine ganze menge im shop unter der kollektion glück schmeckt salzig findet ihr eine ganze menge wunderschöne prägefolder wie hier zum beispiel die schneckenhäuschen und wir haben auch zwei neue prägefolder die stehen unter der kategorie neu also der mitsommer kollektion und ich fange jetzt einfach mal an wir basteln wieder zwei quadratische karten mit dem maß 15 x 15 und das ist das erste prägefolder was wir verwenden mit den möwen das ist meine grundkarte wie gesagt 15 x 15 und wir benutzen auch diese wunderschönen rahmen davon habe ich mir den kleinsten ausgesucht und habe mir hier in 13,5 x 13,5 ein aufleger ausgestanzt habe den geprägt mit dem prägefolder und habe daraus das quadrat raus getrennt das habe ich ein bisschen schräg gemacht hier haben wir den cardstock vignetten scheren inseln da habe ich mir ein kleines stück ausgesucht habe das ausgeschnitten und das ist das was jetzt hier unter unseren rahmen kommt ja also das ist das erste was wir machen wir kleben jetzt erst mal das kleine stück cardstock hier mittig auf unsere karte auf und dann gestalten wir das ganze noch hier könnt ihr super die mögen die stands von mögen aus unserem shop ergänzen die passen natürlich super zu dem prägefolder und hier habe ich mir diese zwei holzpoller ausgesucht habe die ein stück gekürzt in verschiedenen längen so dass es aussieht als ob die da aus dem wasser raus gucken und habe die jetzt auf das wasser aufgeklebt natürlich lege ich mir das immer vorher erst hin und gucke wo die jetzt so hin könnten und jetzt klebe ich die beiden poller da auf das wasser drauf damit die möwen dann auch einen sitzplatz haben so also so ein bisschen leicht versetzt und jetzt können wir auch unseren schön geprägten rahmen hier drauf setzen da gebe ich ein bisschen 3d band dahinter und dann setze ich das ganze auf die grundkarte und dann sind wir auch schon so weit dass wir das ganze dekorieren können also einfach den rahmen aufkleben wie gesagt den inneren rahmen von den unrunden quadratischen rahmen den habe ich etwas schräg gemacht fand das sehr hübsch werdet ihr jetzt gleich sehen ja jetzt sieht man es perfekt und ihr könnt das natürlich auch geradeaus stanzen wenn ihr das wollt aber ich fand das ganz schön und jetzt kommen unsere möwen ich habe das schon mal vor koloriert hier bei den möwen hatte ich die zeit noch dazu bei dem anderen beispiel kolorieren wir dann und jetzt versuche ich mal die möwen da irgendwie anzuordnen also eine kommt auf jeden fall auf so ein holzpoller die sitzt da oben drauf und wartet schon auf das fischerboot dann haben wir hier noch eine die kommt jetzt auf den felsen und die werde ich da in die ecke setzen also ihr könnt jetzt hier wunderschön eure möwen dekorieren die verwendeten artikel verlinke ich euch wieder unter dem video wie immer und ja also so sieht das ganze aus und mit dem geprägten folder im hintergrund das sieht natürlich mega schön aus hier habe ich das wandeln mini grüße verwendet und da habe ich mir jetzt einen spruch ausgesucht und zwar das post für dich das habe ich einmal gestempelt habe das mit den dazugehörigen stanzen ausgestanzt mit den outlines und jetzt klebe ich das auf einen schwarzen streifen schneide mir das zurecht und dann suche ich mir hier ein schönes plätzchen auf meiner karte und ja trappiert das da noch schön drauf klebt das mit etwas tombo fest und fertig ist das erste kartenbeispiel ich hoffe es gefällt euch also ist ganz einfach so jetzt kommt das zweite kartenbeispiel und zwar mit dem prägevoll der fischernetz und da habe ich mir was besonderes einfallen lassen und zwar wir verwenden hier einmal diese rahmen dazu wie gesagt ich verlinke die euch unten das sind die zu dem passepartout rahmen so sieht es aus also ich habe hier den größeren rahmen benutzt da habe ich mir einfach ein stück cardstock genommen die grundkarte ist die gleiche und hier habe ich den cardstock nordseefische genommen den gibt es ja schon einige zeit und ein stück wellum und darauf habe ich das fischernetz geprägt so jetzt kann man natürlich das fischernetz ja eigentlich aufkleben wie man möchte das seht ihr dann gleich wie ich das mache aber zuerst kolorieren wir hier unsere fische und zwar sind das unsere nordseefische also passend zum cardstock hier haben wir das schneckenhäuschen da gibt es auch noch andere stanzformen da habt ihr mehrere schneckenhäuschen in einem set und das gras was sie eben gesehen habe war das seegras von den kugelfischen die kugelfische sind auch total niedlich die gibt es auch schon etwas länger im shop und das könnt ihr alles miteinander wunderschön kolorieren ich habe hier eine ganze tampi farbe genommen ein schönes dunkles blau was ich total mega schön finde das ist das blau was ich auch schon für die schweden kinder verwendet habe zum kolorieren und jetzt koloriere ich hier meine fische mal schnell ich glaube das dauert jetzt nicht so lange und naja also wenn wir die fertig haben ich habe mir jetzt drei stück ausgesucht aus den nordseefischen da sind glaube ich fünf insgesamt drin ich habe mir jetzt drei verschiedene größen rausgesucht die auf meiner karte vielleicht ganz gut aussehen würden und ja die koloriere ich jetzt nacheinander mit diesem blau und auch hier lasse ich wieder ein paar helle stellen auf den fischen haben so dass man die schattierung schön sieht und um das ganze zu beschleunigen damit wir die fische auch gleich weiter verarbeiten können naja finde ich die jetzt kurz ein bisschen trocken mit meinem embossing föhnen natürlich muss man die auch immer festhalten und ja auf jeden fall sind wir jetzt soweit fertig so jetzt kriegen die fische natürlich noch ein paar augen hier habe ich einen memento stift genommen und ich suche mir jetzt mal noch einen gängigen weißen jelly roll von sakura die nehme ich ja immer mal um so stanzteile zu verfeinern und mal jetzt hier noch ein paar püttchen drauf auf die fische so sehen die filigraner und edler aus und das passt natürlich super schön zu dem dunklen farbton den ich hier gewählt habe und ja kleine schönheits korrektur und dann geht es auch schon los mit dem dekorieren erstmal platz machen und jetzt kommt hier mein cardstock wie gesagt hier habe ich glaube ich 13 x 13 genommen und auch 13 x 13 das velum und da man bei dem velum beim aufkleben den kleber sieht würde ich euch raten nehmt hier so ein kleberoller und klebt jetzt das velum vorsichtig vorsichtig auf den cardstock auf also da sieht man auch nichts an kleberesten oder spuren deswegen macht sich das sehr gut und ich habe jetzt hier das brägefolder einmal umgedreht weil das ist das schöne an dem fischernetz dass man das ja einfach auch mal drehen kann da gibt es kein oben und unten und jetzt kommt mein rahmen hier hier kommen ein paar 3d streifen auf die rückseite so dass der rahmen etwas hervorsteht auf meiner karte und in diesen rahmen dekorieren wir dann unsere kolorierten nordsee fischer so jetzt sicher die folie ab und dann wird der rahmen auch schon auf mein aufleger aufgeklebt ich fand die konstellation mit diesem velum ganz hübsch weil man dann im hintergrund auch die fische noch durch sieht von diesen tollen cardstock und ja jetzt kann das ganze schon mal auf unsere grundkarte geklebt werden und dann fangen wir an mit der dekoration also sieht jetzt schon mega aus ihr müsst halt beim prägen aufpassen das velum ist ja sehr empfindlich dass euch da die linie nicht brechen also ein bisschen vorsichtig behandeln wenn es geprägt ist aber es ist überhaupt kein problem und hat einen ganz tollen effekt auf euren karten so jetzt kleben wir unsere fische auf ich fange hier mit dem größten an gibt da ein paar 3d pads hinten dran und klebt den fisch in den rahmen die anderen fische gesellen sich jetzt dazu und zwar habe ich die so ein bisschen versetzt da hin geklebt jetzt kommt der kleinste noch die sardine fehlt und dies so schmal da muss ich mir jetzt mal mit einem streifen behelfen damit die auch noch etwas dimension bekommt hier in dem fisch schwarm ja und jetzt kommen natürlich noch unsere anderen sachen dazu das schöne seegras habe ich einfach in weiß gelassen da schneide ich mir vorne ein stückchen ab also unten und klebt es hier an der seite drauf das gibt jetzt unsere grundlage für meine weitere dekoration und wer mich kennt der weiß dass ich mit gerne mit natur materialien arbeite und ich habe mir jetzt hier wieder so ein bisschen was rausgesucht was total gut zu einer maritimen karte passt und zwar so ein bisschen moos das bekommt ihr im bastelgeschäft zum beispiel bei idee habe ich das schon gesehen haben wir jetzt keine werbung machen aber kokosfasern kennt ihr auch und diese rinde die ist aus dem wald die habe ich selber gesammelt und da könnt ihr eigentlich alles verwenden ja was ihr so in eurer fantasie euch vorstellen könnt zum dekorieren einer unterwasserwelt so als erstes klebe ich naja die kokosfaser auf ich habe ich auch noch eine kleine schnur also so eine rest schnur die habe ich einfach auseinander gezogen und auch die kommt jetzt da mit dazwischen die lege ich jetzt hier auf ich klebe das alles mit der heißklebepistole fest damit sich das auf der karte dann auch nicht mehr lösen kann jetzt kommen meine rinden stücke dazu und ich verwende auch oft moose aus dem wald da müsst ihr die dünnen moose nehmen die an den bäumen wachsen zum beispiel birken oder sowas weil die werden richtig richtig trocken und die moose die haben trotzdem noch eine richtig tolle grüne farbe so und zum schluss kommt das schneckenhäuschen das habe ich einfach aus einem rest cardstock ausgestanzt und habe das obendrauf geklebt so und jetzt kommt noch das tüpfelchen an unserer karte denn wir brauchen ja noch ein paar blubber blasen und da nehme ich jetzt diese drops hier und die könnt ihr mit tombo aufkleben das sind verschiedene größen die könnt ihr im internet bestellen wer dazu fragen hat der hinterlässt einfach einen kommentar unter dem video und ich schreibe euch auf wo ihr die bekommen könnt und die machen natürlich jede karte zu einem highlight also nicht nur als blubber blasen unter wasser sondern eben auch auf blätter an blüten und so weiter könnt ihr diese kleinen drops verwenden und das ist meine fertige karte nummer zwei ja ihr lieben das sind meine beiden beispiele für die prägefolder und ja jetzt habe ich mir überlegt ich mache doch noch einen kleinen spruch drauf hier nehmen wir die ganz lieben grüße und hier mache ich das genauso wie bei der anderen karte also hinterlegt das mit einem streifen 3d pad und legt es dann auf einen schwarzen streifen auf und klebt es dann auf meine karte so jetzt sind sie beide perfekt und ich hoffe euch gefallen die beispiele und schaut einfach mal im shop vorbei und ja viel spaß beim basteln wie immer und bis zum nächsten mal tschüss tschüss